ohne Jantzscher und ohne Jantzscher ohne Jantzscher und ohne Jantzscher und ohne Jantzscher und ohne Jantzscher mit der Slamast ich hab Schraub und das sind wahrscheinlich ohne leicht und aufzug ohne leicht und ohne Jantzscher dann willst du es bleiben? und dann holst du einen Karabiner rechts Merkts. Das bringt halt ein wenig hinten Kuma so und dann hat sie alle schon dort in die Kuma. Ich hab's noch mal schnell drauf. Na, jetzt kommt wieder mal wieder. Ich glaub ihn halt. Jetzt sind wir selber wieder da. Nein, das ist der Körper schon wieder. Da unten kommt auch mal wieder. Wollen wir dich? Ist dann sowas gesagt? Ja, da kommt auch mal wieder mal wieder. Warte, mit dir. Wollen wir hinter dir? Ja. Ja, das macht ja super schön. Ach so, Mann. Gut, da kommt nur da. Und wieder mal, da lernt man es nicht. Was? Schaffst du nicht? Ja. Ist er schon da oben? Du bist jetzt unfähig. Ja. Oh nein, ist schwer. Ja. Ja, also drei Sekunden. Schön. Super. Wenn ich dachte ich hab Sniper, dann kann ich aber keinen Sniper haben. Schau dir mit zusammen, Sniper. Ich schau mal, dass ich unten mit Wasser reinfahre. Fuck, Wasser reinfahre. Wer hat das Wissen dazu? Kommt in Ordnung? Ja. Kommt in Ordnung, steh doch mal. Die Beine, die Haas. Ah, fuck. Schnaps, schmaps. Wo ist der denn? Ja, unten auch. Kelly. Kelly ist gut. Das ist aber nur noch. Mein Servo. Entschau, ich schraub dir. Oh, fuck. Ich glaube, der A-took, das Ding. Der liegt da lang schon. Ich mach den Kelly gut. Ach, im Regen. Ich mach den Kelly. Ich schraube den Kelly. Okay, der Peter ist hoch. 7 oder 8, schwertig, doch. Der Hicks. Der versteckt ja auch nicht. Das ist der Pariser-Zimmer. Nein, der ist der Turbo. Ja, okay. Jetzt die Sauna. Slim. Fuck. Von beide Seiten wieder. Ja, richtig. Genau. Aber hier haben wir noch mehr Leifes drin. Und das Ganze noch mal aufzug? Sehen Sie uns wieder aus. Ja, also um und halten. So ein Stück ist auch ganz klar. Du willst eine ich verwenden? Ich glaube, ich bin ein... Äh... Und dann... Schau da. Und... Wann er kommt auch hin? Boah, er schmeißt wieder Granaten und ich bin hin. So, Vorschlag schnapp ich mir. Naja... Jetzt kommt er direkt runter. Ja, wenigstens. Was erwischt. Und dann spürst du mal wrote Now. Es wird noch keinenindruck. Aber nach dem Tod. Dadurch stirbst du noch. Das ist doch Wahnsinn! Ich schaff's nicht einmal rein! Ich schaff's nicht einmal rein! Nein, ich schaff's nicht nicht! Ich schlau den ganzen Tag halt, ich schaff's nicht nicht! Ich komm jetzt in der Spürweise nützlich, Herr Lübner! Daher kommt doch nichts mehr! Ja, also kommt der Turbo und eh! Dann sind wir schon wieder im Ball! Snowball! Ich schaff's nicht mehr! Ich schaff's nicht mehr! Ich komm von der anderen Seite! Warte besser? Besser! Ja! Dann kommt doch der Ritten! Ich schaff's nicht mehr! Ich hab gleich... Ja! War auf einen schon sieht! Ja, genau! Ach so ein Witz! Der hat auf einen... Aber trotzdem... Ich leid macht mich noch nicht hin! Kann man was bauen! Das gibt's nicht! Ich krieg den nicht da um! Ich hab den nur schnell abgezogen! Und hab ihm einen Punkt gezahlt! Ich weiß nicht, was das ist! Ich krieg den Simon nicht da um! Alle anderen im Lager! Der hat mich mal interessiert da um! Weil wer weiß ich für den Himmel da! Ja! Kommt doch einer auf zu hoch! Wie sollst du es machen? Ja! Du weißt nicht, wo ich bin! Das ist nur einer! Nur einer! Ich höre doch, ich muss nur einen... Macher, der ja nichts mehr hat! Ich hab keine Ahnung, was aufgehört! Oder was zu schlechten! Ja, vielleicht können wir doch mal drüber hin, dass ich... Vielleicht schau' ich... Ja, vielleicht schau' ich... Ja! 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 Und dann schau' ich! Ja! Ja! Ich finde es klang... Ja! Ich hab ja schon collapse! So kommt... Mitte! Oh, doch mal ein Slim da anbruchten. Das ist die Zürichung. Ist der noch? Ja. Steht, ob ich das hyper oder nix bin. Und dann alle lecker zurück? Ja, da brauchen wir die Batterie. Okay, jetzt haben wir es wieder. Ja, da brauchen wir nur Kontroll. Alle weg. Ich schau jetzt. Schau links. Vorhin kommt er da? Ne, sicher nur in Lückenberg oder? Ja. Ich geh hau glückseine. Ja, in Rundfrau auf der ersten Ebene. Ja. Ja, hier kommen wir nicht zu mehr. Ah, da ist auch noch. Ja, hier haben wir es gleich gestackt. In Lücken. So kurz geht. So schnell ist es weg. D-Map-Control. Ja. Ist der eigentlich nur BR? Ich wusste nicht. Der 1-Map ist euer einzige BR. Jetzt hast du wieder oben. Der 1-Map ist super schön. Der 1-Map ist super schön. Ich weiß nicht, ob er was hat. Ich weiß nicht, ob er was hat. Es ist gerade eine brillante Idee gekommen. Okay, ja. Kein super schön. Der 1-Map ist super sicher. Ja. Was sieht man tot? Pass auf, ich hab ja schon noch abgeschafft. Da liegt der Sniper herrsch. Ja. Der kommt zur Tank herhören. Stuck. Mit Stärke. BR, äh... Sniper und Charabio. Schaut, ob das eigentlich schon wieder machen können. Sollte. Wenn er das nicht im Tun dabei wäre. Wenn er das nicht im Tun dabei wäre. Jeden anderen hätte ich es nicht gemacht. Ja, eine, eine, eine. Ach, Scheiss. Juhu, ich hab das Ding direkt. Ja, und ich hätte ihn bei der Sniper. Ja, scheiße, auch nicht. Ja, wenigstens mehr. So, kann ich ein Stück sein. Ich selber noch. Haben wir jetzt auch schon jemals beklickt, außerhalb von dem Zug? Ja, nicht mehr. Doch, ein bisschen. Schauen wir es. Komm mal. Was ist denn das? Ohne Granaten. Er schießt doch mit dem Boden durch. Was ist denn das? Wie 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 ist denn das? Was ist denn los? Ich dachte, wir sind schon. Wir werden doch noch näher herkommen. Nicht nur so, wie gesagt. Klar, sieht man. Was natürlich toll ist, wenn man eh schon zu klickt. Ich finde, das macht uns echt richtig Spaß. Wir haben jetzt richtig die Herausforderung. Da waren wir beide Seiten. Ah, hinter mir steht auch ein. Daumen, den Arm ist schwer. Nur der Simon. Der Helikon von Mitte, wo der andere vorgekommen ist. Da waren wir hinten noch Kartei. Meine Karte, sorry. Ich kriege das hin. Boah, Mann! Der mit den Scheiß-Ganaten. Der hat so ein Radius. Der ist nicht mehr feierlich. Vorne war tot. Ich wollte das besser hin, Chef. Huang! Toppenkir! Sieh, sag. Ich hab's nicht recht sehen, ich zeig' Dann schmeißt er natürlich um 500 Ecken! 300 Kilometer! Dann kommt's wohl dran und ordentlich weg Das ist nicht bei mir, soll ich auch noch erlassen werden Simon steht da unten und sagt, wer er ist Back mit der einige... Ja, Entschuldigung! Ich steh mir jetzt zu 50 da unten Ja, und seine Leiste mehr? Ja, das ist ja kein Problem Hast man fest, man schon nix mehr von seinen Leisten Ja, hab ich aber nicht Aber ich hab's Ja, du? Ist ja cool Hast jemand jetzt geschluckt? Oder nicht? Hast du da mal einen anderen Schleberleck? Gimmst du da? Ja, mit dem Candy, aber der ist ja leichter Wo's ja kein Problem ist, wenn der Blasenpistel hält, aber ich hab ihn ja nicht Vielleicht hab ich ja eh nicht mehr Vielleicht hab ich ja nicht mehr Vielleicht hab ich ja nicht mehr Deswegen hab ich ja nicht mehr mit Blasenpistel oder was, weil der hat ja gar kein Schild mehr halt Hallo, ciao! Da kommt der nächste Umsick Obwohl er gerade noch 20 Meter weg wohnt Willst du's nicht alle machen? Ich kann bitte spülen nicht mehr Ich kotze mich ja bloß noch an Du sagst, du kotzt dich ab Ja Okay Warte mal, Stux Kann ich selber kommen oder weh? Natürlich, dann hat man noch 0 von 3 Stux, obwohl man zwei erst weggeschmissen haben Das ist nicht mehr leichter Weil das ist ja leichter, nicht mehr leicht Dann nehmen wir mal Schwert Wo? Wo? Wo was liegt Das ist nicht mehr liegt Wo was liegt? Wo ist das Bicht? Und wer ist das Bicht? Ich kann doch nicht mehr Problem sein Was ist das Problem? Wo ist das Bicht? Wo ist das Bicht? Wo ist das Bicht? Bei Karnatenschweiß bin ich auf jeden Fall tot Ich warte mir noch mal treffen Hinter dir Hinter dir Überall Hinter dir, vor dir, neben dir Unter dir, in dir Zeit Steht euch schon wieder da unten, Simon Der schweigt mich noch schon wieder so Und wie? Dann kommt der Kelly und macht den Tod Fuck! Der hat es irgendwie geschafft Der wird immer mal alles gestreckt und dort bis sie vorbeirägen Ich hoffe, dass beide mit der Granaten draufhauen Aber es zeigt einfach nichts Ich hoffe, dass du ein bisschen was auch sagen Weil sonst hätte ich nicht da am Gerag mit dem Magazin Ich hoffe, dass wir uns nicht da haben Ich hoffe, dass wir uns schläft auch Der ist 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 auch Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020